Wald und Boden sind wichtige Klimaschützer und es freut mich, dass der Weltklimarat dieser Relevanz in seinem heute veröffentlichten Sonderbericht ganz hohe Beachtung schenkt. Wir müssen den Boden, den Ackerboden als Kohlenstoffsenke schützen und sein Speicherpotenzial noch weiter ausbauen. Und diese Punkte sind deshalb zentraler Bestandteil der von mir bereits Anfang Mai vorgelegten 10 Klimaschutzmaßnahmen im Klimakabinett. Durch die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland wirken diese, anders übrigens als im globalen Trend, als effektive Treibhausgassenke. Sie erzielen eine Verringerung der nationalen Emissionen um 14 Prozent. Doch wie Sie wissen, der Wald ist in Gefahr. Dürre, Schädlingsbefall setzen ihn zu weltweit. Auch wenn wir bereits vor vielen Jahren damit begonnen haben, unseren Wald auf den Klimawandel vorzubereiten, umzubauen, Mischwälder anzupflanzen, müssen wir noch mehr leisten. Wir brauchen schnell ein groß angelegtes, nachhaltiges Aufforstungsprogramm mit standortangepassten Bäumen für robuste Mischwälder, national wie auch international. Und dazu ist eine gemeinsame internationale Kraftanstrengung notwendig.